Euer Wunsch ist jedem eurer untertanen Pflicht, Sire. Nur Pflicht, mal Lady. Ich weiß nicht, was bezaubernder ist. Eure Unverschämtheit. Oder eure Schönheit. Wie war denn gleich die Namen? Klaas Störtewecker und Gürtike Michael Sire. Richtig, ich erinnere mich. Mal sehen, ob wir erraten, wer von diesen beiden geilen Vögeln welcher ist. Wenn ihr nur halb so gut fechtet, wie ihr reimt, solltet ihr der Störtewecker sein. Schafft die beiden weg und schlagt ihnen den Kopf ab. Haltet sie gefangen, Majestät. Sie sind der Speck in der Falle. Der Störtewecker lässt seine Kumpane nie im Stich. Ganz übel. Ah, oh! Buena sera, London. Wer seid ihr? Mein Name ist Klaus Störtewecker. Ich wusste es! Ich muss zugeben, du wirst deinem Ruf gerecht. Dann ist es nicht peinlich, dein elendes Dasein mit einer Lady zu erkaufen. Ich kann mir eure Art von Ehre nicht leisten. Ich werde jetzt mit ihr zurück zum Hafen gehen und niemand wird mich aufhalten. Er will entkommen. Lasst ihn um sein Leben kämpfen. Wenn Fanley unterliegt, gehört die Lady mir. Willkommen in Marienhavel. Klaus, wenn ich ehrlich bin, auf eure glückliche Heimkehr hätte ich keinen Silberling mehr gesetzt. Klaus, wenn ich ehrlich bin, auf eure glückliche Heimkehr hätte ich nicht. Klaus, wenn ich ehrlich bin, auf eure glückliche Heimkehr hätte ich gerne. Wie ist das? Fertig ist für mich, denn ich habe ein Schöpfchen. Ichρenne die Ferrogerin hier. Ich binpromiss. Ich binwokesperren und bläde. Ich binwнее, wenn ich nicht. Ich binwöger Solte. Ich binwöger. Ich binwöger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020